Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sailor Dream ASMR und heute gibt es mal eine kleine Abkühlung für euch, denn ich dachte mir, momentan ist es ja echt ziemlich, ziemlich warm draußen und da würde es doch super passen, wenn ich ein paar Trigger raussuche, die was mit Water zu tun haben, also Wasser, Eiswürfel, so ein tolles Kühlpack und, und, und und, ja, ich hoffe natürlich sehr, dass euch dieses Video gefallen wird. Also, let's go! So, meine Lieben, als erstes habe ich hier so ein Wasserglas und dort werde ich jetzt ein paar Eiswürfel reingeben. Ich musste mich gerade echt beeilen, da die Eiswürfel sehr, sehr schnell wegschmilzen. Das klingt so, so gut. So, meine Lieben, als erstes habe ich hier so, Ich werde in dem heutigen Video nicht allzu viel reden, damit ihr euch wirklich auf die Sounds fokussieren könnt. Okay. Jetzt sind die Eiswürfel an sich alle weg, das ging echt rasend schnell, aber ich werde das Glas auch noch hierfür nutzen. Wer mein Badewannenvideo gesehen hat, der weiß genau, was das ist. Gut. Das hat richtig schön geknistert und das werden wir jetzt nochmal tun. So. Achtung. So. 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 habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Deswegen muss ich erst mal schauen, ob ich das hinbekomme. Okay, ich stelle es mal hier rüber. Es kann sein, dass ihr dieses Knistern jetzt durchgängig hört, aber ich denke, das ist nicht allzu schlimm. So. Als nächstes hättet ihr die Tarte Eisglobe. Und die sind so schön auf der Hand. Echt erwartet. So. 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 Okay, so at least Und ich weiß, dass viele von euch da draußen diesen Trigger genau so lieben, wie ich es tue. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen und ich weiß, dass viele von euch da draußen sind. Wollt ihr jetzt eigentlich solche Warnzeit am öftersten Abend, wo ich euch etwas abkühle? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und jetzt haben wir mal eine Kommentare. Und jetzt habe ich auch einen kleinen Tipp mal. Ich habe auch einen kleinen Tipps. Ich habe auch ein paar Kommentare. Ich habe es gut. Ich habe nicht auch eine Kommentare, die die Sachen ausgefunden sind. Wie ich habe es mir gerne. Ich habe es mir gerne. So, als nächstes hätte ich dieses tolle Kühlpäck hier, was ich auch sehr, sehr toll finde vom Ton her. Das klingt so ein bisschen wie, ja, unter Wasser. So, als nächstes hätte ich das Kühlpäckchen. So, als nächstes hätte ich das Kühlpäckchen. So, als nächstes hätte ich das Kühlpäckchen. Und das ist das Kühlpäckchen. Das ist auch ein bisschen heiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020